Hier ist doch ein Tisch, den können wir auch da benutzen. Dann werde ich mal gucken. Schau mal an die Komplettlösung. Ob das vielleicht doch unmöglich ist. Das ist ein großer Topf. Die können wir mal nicht pflücken. Jetzt haben wir die Samen, aber... Ah, nett. So kommt sie durch das Bild gepackt. Dann können wir die Diptam entfernen und den Topf leeren. Das ist eine große Pflanze. Hm. Das geht nicht. Okay. Die Komplettlösung sagt auch, dass das leichteste ist, das einmal von... ... von Timothy zu kaufen. Das ist jetzt gerade ein bisschen lästig. Jetzt müssen wir... ... jetzt müssen wir nochmal hin und her reisen. Schnellreise-Lade-Screens. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, meine Fischkind. Oh, meine Fischkind. Ich habe gehört, dass sie mit Clementine Schmetterlinge... Hallo, ich bin gleich für Sie da. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Plusgrausstamm. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Da steht Pflanze und Ernte. Es hilft das nicht. Aber wie? Ach komm. Wir müssen warten, bis wir das Ding... ... bekommen. Aha. Bei Wälzer und Schriftrollen Hogsmeade bekommt man da Sachen. Ich habe schon mein ganzes Geld ausgegeben. Für unnötige Sachen. Keine Angst, Biskit. Ich finde schon eine Lösung. Ja, das machen wir auch nochmal. Aber in der Aufnahme. Katze. Ich habe den Auftrag, jede Katze zu streichern. Das ist praktisch, weil es ganz am Ausgang ist. immer schön ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schneide Station. Schneide Station. So. Für keinen Töpfe, warum man nicht. Mittelgroße Töpfe. Pflanze durch nur zwei großen Töpfe. Genau das brauchen wir mal. Wie? Wieso war das Geld bekommen sollen? Äh. Ja. Ein Vergnügen mit ihnen Geschäfte zu machen. Verkaufen. Hoffentlich nicht das, was ich trage. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ne, habe ich ja nicht an. Okay. Verkaufen wir uns mal an, was wir haben. Das würde nicht reichen. Oh Gott, ist das lachhaft. Oh Gott, ist das lachhaft. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Oh Mann. Wir bauen ja nur das eine Ding. Okay. Oder sind wir noch unsere Tatswigs verkaufen? Oder? Scheinbar nicht. Gut. Dann merken wir uns mal, dass das 3.000 kostet. Das Rezept dafür, und dass das hier gibt. Und es geht dafür aber Auf geht's nach Hogsmeade Komme ich wieder hier Hogsmeade Hogsmeade, das einzige echte Zauberdorf in Großbritannien Ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Kurzschöne ab der dritten Klasse Gut, dann machen wir mal, lassen wir die Aufträge erstmal Das wird uns vielleicht nebenher gelingen Schafsaufgabe lösen wir später Und hier brauchen wir jetzt irgendwie das Lustgras noch Das machen wir sobald wir Sobald wir 3000 haben So, ganz weit oben Hauptquests machen wir damit weiter Da sind wir hier schon richtig, können wir hinfliegen Super, den müssen wir mal in der freien Windbahn beginnen Dann können wir den einsammeln So, auf geht's Die Hexe auf dem Besen Wie, hier ist ein schönes Plateau Was gut, Plattform Da waren ein paar Gegner Die sollen mich jetzt nicht jucken Ich bin ein schönes Haut Ein guter Ich bin ein schönes Träumen Ich bin ein great Wunder Ich bin ein schönes Träumen Ich bin ein schönes Träumen Gehen Zugriff. Ist sehr interessant. Dann halt zu Fuß. Was haben Sie jetzt vor? Schloss Felbraton. Und der Wärm war. Pst, hier drüben. Leise. Ich sehe dich dann vor mir. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, Du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für allemal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Na dann, let's go. Ich helfe dir mit dem Brief, Natty. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich frei. Ich mähe die ganze Armee nieder. Lautlos. Lautlos ist nicht meine Taktik. Wir stürmen einfach auf drei. Drei, zwei, eins. Und alle werden gemetzelt. Ich müsste doch noch diese hübschen Pflanzen haben. Ich brauche aber den Trank hier eher. Ja. Hm. Was das wohl ist? Na, das war ein Holz. Vielleicht etwas mit mehr Kraft dahin. Das war's. Okay, dann wollen wir jetzt. Das hier oben. Okay, das recht wurde dafür noch nicht. Fingernose Liegehandschuhe. Na. Ah. Nehmen wir mich. Dann hätten wir es behalten können und verkaufen können. Ich doof. So weit komme ich denn da jetzt hoch. drauf stellen und Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Eher nicht. Das macht mal gar keinen Sinn. Das macht mal gar keinen Sinn. Also wir sind nicht lauer Kraft, dass wir hier... Vorher kommen wir. Mit diesen Fosterium Leviosa. Mit dem Graef couple passen. dann kann man keinen Faden bei hoch können. Ja! Ah! Ha! Tjaaa... Die Enden kannst du doch nicht reichen. Die Enden kannst du nicht reichen. Die Enden kannst du nicht reichen. Die Enden kannst du nicht reichen. Das ist ein Ratsch. No, es so nicht. Das müsste ich damit jetzt hingebaut haben. Ach, ich bin doch blöd. Wenn gar nichts mehr hilft, haben wir doch jetzt. Ah, ich kann nicht fliegen. Das ist ein Problem. Da kommt die Festungsmauer. Aber wie? Ich kann so schlecht auf mich selbst. Vielleicht können wir Wingardium Lebiosa plus Arresto Momentum. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, wie kommen wir denn da ran? Offensichtlich eine gute Idee. Die Blau Sonnenschutz, Bruder. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Kommt Ringo! Falls uns noch nicht jeder gehört hat. Na das ist blöd. So kommen wir da nicht durch. Saggasse, es muss einen anderen Weg geben. Genau so müssen wir das Rätseln. Einfach mal zum Fenster. Das könnte das Tor hochziehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss. Aber ihr Schwachköpft hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor. Sprengt es nicht. Es noch einmal in die Luft fliegt. Ich schwöre ich, das ist euer Ende. Aha. Ich würd' mal sagen... Ich würd' mal sagen... Erre ich das? Natürlich nicht. Hm. Das müssen wir permanent umbehalten. Ich bin jetzt oben, oder was? Nee, das ist ja klar. Das Haupttor ist offen. Verdammt. Das muss doch irgendwie unge sein. Das muss doch irgendwo hin, hierher. Ich weiß. Das drin ist ja. Das drin ist ja. Das drin ist ja. Das drin ist doch. Das drin ist ja. Das drin ist ja. Wenn man irgendwas da drunter stellen würde Das ist ein bisschen zu schnappen Das funktioniert so nicht. Aha, hier ist die Kunde. Natürlich. Er hat ein paar Anläufe gebraucht. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich überlebe. So, da haben wir sie dabei. Das ist der Hauptturm. Das ist so viel zu hippogreifbar. Das muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Irgendwo. Ich hoffe, Natti hat keine Probleme. Die kommt schon klar. Das ist so großartig. Nicht gerade der sicherste Ort. Was hattest du erwartet? Ich bin jetzt irgendwie durch die Mauer durch. Wieso haben wir das da rausgekriegen? Ich bin jetzt irgendwie drehen und dann, ja, irgendwie so durch. Einmal umdrehen, dass das so steht. Und dann... Ja, und jetzt hier durch. Ah, jetzt sieht schlecht aus. Passt das da irgendwie durch? Ne, sehe ich nicht, wie das ging dann. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. A-ha! Na, wenn ich das gewusst hätte, dass das da leer ist. Ich werde mal wechseln für den Moment. Ich werde mal wechseln. Ich werde mal wechseln. Ich werde mal wechseln. Ja. Genau. Jetzt wird es spaßig. Ich werde mal wechseln. 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 haben. Das ist faszinierend. Und da ist das nicht. Sieht so aus. Ach, Falkenschwinge heißt doch... Oh, und ähm... Ah, da seid ihr. Ein zweiter noch. Komm! Alohomo. Ah, doch jetzt. Ah, doch jetzt. Ah, doch jetzt.